Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Solomons Club auf dem Gameboy. Vor einiger Zeit hat man uns schon mal Solomons Key angeguckt auf dem NES. Und das hier ist im Prinzip die Gameboy-Version. Und auch die Version, ich kann es mal wegnehmen, ist richtig gut gelungen. Steigen wir mal ein ins Spiel. Jep, Level 1, das passt. Und Stage 1. Also Level 1, Raum 1. Wir spielen wieder diese komische Hexie hier. Oder vielleicht ist es auch ein Hexerisch oder ein Zauberer, man weiß es nicht so genau. Wir können Blöcke wegmachen. So, und wenn die Gegner runterfallen, dann sterben sie. Wir können aber auch wieder Blöcke hinmachen, falls wir die brauchen. Aber meistens müssen wir sie wegmachen. Jetzt wollen wir mal hier gucken, dass ich dieses Extra-Zeit bekomme. Oh Mist, da wollte ich ja jetzt noch gar nicht rein in den Level. Naja, egal. Denn man kann im Leben-Level nämlich auch eine gute Fee befreien. Vom Spielprinzip ist es, glaube ich, klar. Schlüssel einsammeln. Und bei Gegnern aufpassen, dass sie einen nicht verbrennen. Das war nicht sehr klug von mir. Machen wir das gleich nochmal. So, das reicht nämlich. Kann ich das einsammeln? Ja! Ich liebe Zeug, dass man einsammeln kann. Tschüss. Jetzt müssen wir nur noch ein Treppchen hier nach oben bauen. Aber diesmal sammle ich hier die Glocke ein. Denn da kann ich dann nämlich hier schön die Fee befreien. Die kommt zu uns. Und fliegt mit uns. Weiß ich nicht. In den Urlaub oder so. Oh, ihn noch kurz fertig machen hier. Haha! Und um das Ganze richtig schön fies zu machen, steht natürlich oben links immer die Zeit, die abläuft. Man kann sie also nicht so viel Zeit lassen, wie man möchte. Und im Prinzip wie auf dem NES, es wird nachher richtig schön hart. Na komm, Fee! 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 Fällst du jetzt gar nicht da runter? Das ist natürlich super. Jetzt fällt es aber runter. Gehen wir von der anderen Seite hoch. Gucken, dass wir den erreichen. Na komm! Haha! Wohl hatte ich jetzt Glück gehabt. Kann ich das Feuer auch ausmachen? Ja, naja, nicht wirklich. Ich will aber alles einsammeln. Zeit genug haben wir ja noch. Kann man einmal dort einhin machen. Genau. Dann bevor wir rausspringen aus dem Level. Noch die große Münze mitnehmen. Natürlich. Level 4. Oh, 52.000 Dollar haben wir schon eingesammelt. Man verdient nicht schlecht als Hexe. Magier. So, jetzt mal kurz gucken. Da oben ist was zum Einsammeln. Dort ist der Schlüssel. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie eine Brücke nach oben bauen. Ja, so natürlich nicht. Hm. Das ist auch doof. Was mache ich denn? Einmal so und dann so. Genau. Der fällt da runter. So, können wir uns den Schlüssel holen? Oh. Es gibt einen Shop. Guck mal einen an. Was können wir denn hier kaufen? Boah, was kostet das denn alles? Mehr Zeit. Eine Waffe, so wie es aussieht. Ein Hammer. Hm. Sollen wir uns mal irgendwas kaufen? Kaufen wir uns das mal. Das haben wir jetzt nicht gekauft, oder? Geh ich nochmal rein. Ja, gut. Es ist natürlich schön, wenn man wüsste, was das ist alles. Oh, ich geb einfach mal die Kohle dafür aus. Neues Leben. Oder eine neue Fee dazu bekommen, ne? Kann ich jetzt schon in den Ausgang? Will ich aber noch gar nicht. Ich will doch noch die Fee befreien. Na, komm. Genau. Und dann können wir gehen, meinetwegen. Ja. Wie gesagt, die ersten Level, die sind noch relativ einfach. Genau wie auf dem NES. Und dann nachher zieht das richtig an. Da geht's schon los. Aber was bringt mir das? Kann ich den irgendwie zubauen? Okay, so kann ich ihn zerstören. Soll ich natürlich auch den Block zerstören, wenn der drauf steht. Ja, einmal so. Dann was auch immer das ist, das sammeln wir ein. Extra Leben. Extra Leben bin ich immer zu haben. Mal kurz die Fee befreien. So. Und tschüss. Das reicht noch nicht. Aber doch nicht so schwierig, der Level. Aber so langsam fängt's an, wo man nachdenken muss. Boah, was ist das denn? Ach, die bewegen sich. Das ist natürlich wieder... Ganz toll. Ähm... Boah, das war knapp. Kann der da durch? Ach nee, dann rollt der da weiter. Ist ja super. Nee, 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 nee. So nicht. So, so. Boah, bloß raus hier. Puh. Ja, wie ich sagte. So langsam wird's dann schwieriger. Da liegt der Löffel. Der Löffel. Der Schlüssel so nah am Ausgang. Ah, okay. Du bist unbeeindruckt. Und macht einfach meine Wände kaputt. Ja, was fällt denn hier ein? Ah, den Level kenne ich aber noch aus der NES-Version. Da war der genauso. Mal sehen, ob wir die Wand zumachen können. Naja, schießt der natürlich kaputt, ist klar. Gut, dann müssen wir das besser timen. Puh. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob wir über den rüberspringen konnten. Aber, ihr habt gesehen, es hat geklappt. Sagen, ein Level gucken wir uns noch an. Bevor ich anfange zu versagen. Okay, das sieht jetzt mal gar nicht so schwierig aus. Äh. Das sieht sogar richtig leicht aus. Achso, jetzt geht's wahrscheinlich darum, wie ich an dieses S rankomme. Ja, das muss doch irgendwie machbar sein, oder? Gucken wir mal. Was auch immer dieses S bewirkt hat. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's aber eingesammelt. Dann können wir uns noch ein Level angucken. Der war easy. Auf einmal wird das so ein einfacher Level dazwischen. Hm. Das macht mich suspekt. Ja, das ist natürlich super. Ah, du Dullinus. Das machen wir gleich nochmal. Das ist nämlich nur eine Timingfrage. Einsammeln. Die Fee befreien. Ha, ha. Doofe Geister. Nein. Nein, 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 nein. Okay, ein Versuch noch. Das Spiel macht süchtig. Das muss ich dazu sagen. Und es scheint nicht ganz so schwierig zu sein wie die NES-Version. Ach komm, da war ich also in der Luke drin oder in der Grube drin, bevor der Bob da war. Naja, gut, was soll's. Das war Solomons Club. Eine Abwandlung von Solomons Key vom NES. Und auch die Version, die ist richtig gut gelungen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ihr seht hier, jeder Level ist in 10 Stages unterteilt. Da ist man lange, lange Zeit mit beschäftigt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.